Ich mache mal her die Kiste. Liebe Freunde, wir sind hier in Ordnung. Der Lukas Schäfer fährt heute Fahrrad. Und ich mache ein paar Bilder, weil ich dazu gezogen wurde. Und ja, ihr seid auch immer dabei. Wenn 5 kommt, dann komme ich mit nach Dietz und skate, obwohl ich nicht skaten kann. Und wenn die andere kommt, dann bleibe ich hier. Das ist Lukas alleine. Naja, das zählt ja nicht. Das muss auf den Boden. Ja, das ist eine 5. Hä? Das ist eine 5. Ja. Es war so klar, dass du eh wieder, egal was kommt, sagst. Oh ja, aber warte mal. Warte. Ja, ich warte. Wie geht denn das? So, so und dann so. Jetzt ist es eine 5. Du musst auf jeden Fall mit. Warte. Noch mal. Oh, ich habe nicht gesehen. Wie denn? Wie soll ich mit? Schreibt es in die Kommentare. Wie viel Spritzgeld willst du denn? Zwei. Was? Am Arsch. Danke für den Ordnung. Danke für den Money Shot, ja. Boah. Sessions. Neue Folge Weekend Sessions. So? Skate Sessions. Das ist der geilste Buch. Skate or Die. 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 Wo ist der? Ha ha. Wuuu. Jo. Mach doch mal was. Gib doch mal Prudels. Ich zeig dir auch ein Trick. Jo. 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 Ja. Jo. Das ist auch gut. Das war gut. Warte, 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 warte Jo, dann nett, ist okay Alter 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 Alter! Wo wolltest du hin? Ich wollte einen halben Meter rechts oder so. Du musst viel weiter nach rechts, glaube ich. Ja, viel weiter. Du musst dir mal eine Markierung suchen. Also hier irgendwo. Bitch kick. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Zelt auf. Ja, ja, ja. Ich habe dich schon im Gesicht da unten gesehen. Ja, ich auch. Sick. Ja, ja. 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 Ja, ja.